Hallo und willkommen zurück zu Roots of Pacha, und es tönt nach Regen. Jawohl. Okay. Nein. Ich wohne ja nicht mehr hier. Ich wohne ja nicht mehr hier. Ich wohne ja nicht mehr hier. Ich wohne ja nicht mehr. 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 Ich wohne. Ich wohne ja nicht mehr. Ich will nicht einstimmen. 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 Und dann wird auch noch nichts ausfallen. Nein. Jawohl! Ich weiss nicht, warum Dom Angst hat, in diesen Raum zu kommen. Diese Macht hast du noch nicht entdeckt. Jetzt ist es später. Ich bin zurück in den Wald und zurück nach Hause. Ich habe noch ein wenig Obsidian bekommen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Energie habe zum Fischen. Ich weiß nicht, ob ich noch nicht. Wölfe sind da, aber Oka ist nicht da. Die Lichter im Dorf werden so schön sein. Ich hoffe, du bleibst da draussen warm. Es ist der perfekte Tag zum Kochen und Plaudern. Es ist perfekt, genauso wie ein Eintopf mit genau der richtigen Prise Sand. Es ist gut, deinen Körper zu dehnen. Und auch deinen Verstand. Ich schätze schon. Ein Anführer ist nur so grossartig wie die Menschen, die hier anführen. Ich kann nicht mit dir. Ich kann schon tanzen. Nein, nein. Tanzen ist ein gutes Training. Ich kann nicht. Ich kann nicht mit dir. Ich kann nicht mit dir. Zwei Obstsalat. Zwei Obstsalat. Zwei Obstsalat. Zwei Obstsalat. Oder Kompott. Machen heute lieber Essen bei Regen zu angeln. Ich liebe... Ich würde lieber nur abhängen. Heute ist kein guter Tag. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Perfektionist bin. Ich habe einfach hohe Ansprüche. Okay. Sehr hohe Standard. Gin verbindet die Menschen. Das ist es, was eine Anführung tun sollte. Regentage bedeuten weniger Arbeit auf den Feldern und mehr Zeit für Spass. Das ist ein Perfektionist. Als es nicht für die Tag ist. Das ist ein Perfektionist. Das ist ein Perfektionist. Das ist ein Perfektionist. Das ist ein Perfektionist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020